Und da sind wir wieder. Ich bin sowas von voll gefuttert, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich war heute mit Freunden zum Abendessen verabredet und wir waren in einem kleinen syrischen Restaurant in Hamburg-Eimsbüttel. Und das hat mich dann doch auf eine Idee gebracht. Es gibt in Zukunft hier einmal pro Woche eine neue Rubrik, die sich folgendermaßen anhört. Der Restaurant-Tipp der Woche. Ich war also heute mal im Saliba. Die findet man im Internet unter www.saliba.de. Und in dem kleinen Restaurant am Moorkamp, das ist ganz in der Nähe vom Schlumpf, da bin ich heute echt mit meinen Freunden sehr, sehr verwöhnt worden. Super leckere Speisen, syrische Küche, etwas ungewöhnlich, aber trotzdem für unseren Gaumen ganz nett. Ich kann es weiterempfehlen, weil ich war da und habe mich wirklich gut gefühlt. Und während man dann da so sitzt und isst, ich meine es ist heute Donnerstagabend gewesen, kein besonderer Tag, außer dass es wieder mal besonders kühl war für die Jahreszeit in Hamburg, da kommt man schon so ein bisschen ins Nachdenken und denkt sich, Mann, geht es einem selbst wirklich gut. Und wie viele Leute gehen sehr, sehr selten essen und sparen darauf, gehen dann am Wochenende hin, machen das richtig groß. Und wenn man so unter der Woche wirklich mal mit Freunden lecker essen gehen kann, dann sollte man ab und zu mal daran denken, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass es nicht allen so gut geht, aber man sollte es auch mal sagen dürfen. Geht es euch auch so, dass es einen stört, dass alle immer nur am rumjammern sind und dabei geht es ihnen eigentlich verdammt gut? Schreibt mir an nachtzug.email.de, wenn ihr solche Leute kennt, die irgendwie permanent am rumnürgeln und rumheulen sind und dabei kommt denen das Geld fast zu den Ohren raus und sie sind im Prinzip nur undankbar. Ich bin der Meinung, und da sollten wir Deutsche wirklich mal zu den Amerikanern aufschauen, was ich sonst nicht so pauschal sagen würde, aber einfach mal sagen, wenn es einem auch gut geht, nicht immer bloß dieses Rumheulen oder Jammern gehört zum Geschäft oder was es da alles für Sprüche gibt, wirklich mal selbstbewusst und glücklich sagen, hey Leute, uns geht es doch wirklich verdammt gut hier in unserem Deutschland, auch wenn wir unsere Probleme haben, aber wenn wir in die anderen Länder gucken, ja da gibt es richtige Katastrophen. Ich bin also für mehr Selbstehrlichkeit nicht immer bloß gejammer, das habe ich mittlerweile so richtig satt. Auch mal zugeben, wenn es einem gut geht. Das war es schon für heute. Ich danke euch fürs Zuhören, freue mich natürlich, dass ihr mir wieder ein bisschen Speicherplatz auf euren iPod-Festplatten gegönnt habt und möchte noch eine Frage loswerden. Soll ich mal einen Featured-Podcast machen? So mit Kapiteln und eigenen Bildern pro Kapitel, mit Weblinks. Das können wir alles haben. Es ist jetzt die 30. Sendung gewesen, vielleicht so für die 40. würde ich das anbieten. Für heute sage ich, gut Nacht, bis morgen. Euer Raiko. Für heute sage ich, gut. Für heute sage ich, gut.